willkommen zurück zu einer weiteren folge so jetzt ist es nicht so weit schlafsack aufheben wir machen uns relativ zügig auf den weg zum idyllischen teil das ist aber gerade noch eingefallen 0,8 liter petroleum genau das ist das problem war hier nicht irgendwo noch ein kanister verdammte hacke das ist relativ bescheiden achten schon leer 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 das ist eher leer kein kanister mehr so schnell ausmachen dass das ist blöd so wir wollen das mitnehmen das mitnehmen das mitnehmen den darm mitnehmen den voicemail mitnehmen den natalschrack mitnehmen den stoff mitnehmen 36,6 kilo das buch nehmen wir nicht mit das holz nehmen wir auch nicht mit so das altholz nehmen wir natürlich auch nicht mit ohne petroleum dass das ist wirklich wirklich mehr als bescheiden und dagegen würde ich gerne was tun kann ich aber gar nicht ich weiß nicht was ich weiß nicht was hier noch mal gucken aber ich hier war auch nichts mehr verdammt 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 ach guck mal hier haben wir noch schmerzmittel und tee weiß über 37,6 kilo so was sagt denn unser hunger und unser durst ja das sagt beides nicht so viel wir sollten auf jeden fall noch ein bisschen wasser mitnehmen mit 0,6 liter kommen wir nicht sehr weit 0,46 liter hier haben wir noch wasser ich nehme mal anderthalb liter nochmal mit so jetzt frage da hatten wir noch eine laterne drin die hat auch nicht mehr so super viel petroleum was ein bisschen blöd ist aber pass auf wir nehmen die trotzdem mal mit einfach aus dem grund wir können ja immerhin noch eine laterne da lassen die tragen wir dann auch direkt mal so tragen anzünden zur not können wir die irgendwo hinlegen so pass auf also wir machen uns auf den weg auf geht's auf geht's zum idyllischen teil so sprünten macht irgendwie gerade total wenig sinn und die laterne wird auch gleich relativ zügig ausgehen so deswegen machen sie jetzt hier mal aus weil davon brauchen sie nicht die tür sollten wir so finden so und ich habe ein bisschen respekt vor dem idyllischen teil das idyllische teil mag mich nicht so tür das hat ja schon mal gut funktioniert würde ich sagen spiel gespeichert so wir machen die laterne nochmal ok so hier waren wir schon wir haben hier auch alles schon erkundet deswegen brauchen wir uns hier überhaupt nicht nicht großartig aufhalten oder haben wir hier vielleicht noch ein kanister da gelassen haben wir hier nicht noch irgendwie vielleicht einen kanister da gelassen kann ist da irgendwie habe ich sowas in erinnerung aber ich habe jetzt auch wenig bock den ganzen staudamm hier nochmal zu zu durchleuchten verdammt ne komm das bringt nichts das ist wahrscheinlich einfacher wenn wir jetzt hier raus gehen und mal kurz durchs fenster auf der anderen seite reingehen tolles wetter wirklich tolles wetter so minus 6 grad ich gehe auch gerade mal auf die andere seite wenn wir hier runter fallen sehen wir wenigstens nicht wo wir hinfallen das ist ja auch schon mal was und dann klettern wir auf der anderen seite mal kurz durchs fenster durchs fenster ok der nebel ist weg da unten läuft schon wieder der wolf ich glaube das ist wirklich ein event wenn man hier die map betritt dann habe ich das gefühl ist der wolf immer da die laterne irritiert mich nämlich irgendwie so und dann springen wir hier oben mal kurz durchs fenster um einfach mal zu gucken ob wir da einen kanister habe ich habe irgendwie in erinnerung dass wir da ein kanister haben so scheiße dann wenn wir da jetzt durchgehen kommen wir nicht mehr raus schwierige entscheidung schwierige entscheidung so was haben wir denn 1,02 1,04 ok also wir gehen da nicht wieder rein weil dann müssen wir durch den ganzen stauland zurück um da hinten hin zu kommen das tut mir jetzt ein bisschen leid da haben wir einen kleinen weg umsonst gemacht aber das ist halt so wir machen uns jetzt auf den direkten weg ins idyllische tal drei grad perfekt besser kann es eigentlich nicht laufen zur not nehmen wir die eine laterne gleich auseinander die müssen wir nicht mal irgendwo liegen lassen sondern es spart ja auch schon gewicht wenn wir die einfach auseinander nehmen und ganz im notfall müssen wir halt versuchen mit streichhölzern oder halt einer fackel bis ins idyllische tal zu kommen durch die höhle aber vielleicht finden wir hier unten auch noch ein kanister vielleicht sollten wir hier auf jeden fall mal überall einen blick paletten gibt also zwölf altholz nice da kann ich aber gerade nichts mit tun viel cooler wäre eigentlich wenn wir die fässer hier auseinander nehmen könnten für metallschrott das wäre mal ein highlight gewesen so kisten gibt es natürlich auch nur altholz okay gut dann laufen wir einfach mal wir laufen einfach mal so zwischendurch mal auf die uhr gucken was schon sieben minuten acht minuten gleich das ist natürlich nicht so gut aber wir werden versuchen uns zu beeinflussen so da oben liegt eine leiche kommt man kommt man da irgendwie dran das ist mir beim letzten mal schon aufgefallen das problem ist ja man kann ja hier nicht springen deswegen so die leiche liegt da oben drauf glaube ich ja wir sollten eigentlich nicht so viel zeit damit verplempern hier und hier rumzulaufen ich glaube die liegt da drauf noch da kommen wir nicht hin okay also runter hier rohkolben rohkolben da hinten ist ein wolf glaube ich ist ein wolf das ist ein wolf so wir lassen die rohkolben rohkolben sein auf den wolf da habe ich nämlich wenig lust und deswegen gehen wir hier direkt mal weiter aber schade ist nur die rohkolben hier kommen wir wahrscheinlich nicht wirklich noch mal hin aber wir belassen es trotzdem mal dabei wir sind halt gerade überladen deswegen nützen uns die rohkolben jetzt auch nicht wir haben noch jede menge fleisch nicht also verhungern werden wir nicht erst mal vorerst was hat denn Hunger und Durst ja ein bisschen Hunger und Durst aber nichts worauf wir jetzt schon reagieren müssten wir würden gewichtlos werden wollen aber Bartflechten vielleicht kommen wir doch nicht drum rum hier irgendwann nochmal hinzugehen weil hier gibt es zumindest Bartflechten und Rohkolben und einen wolf so müssen wir jetzt hier rechts oder müssen wir da lang ich glaube wir müssen rechts hier ist Sackgasse oder ja da ist Sackgasse wir müssen da lang lauf mein Freund lauf mein Freund ja es ist sowieso still hier ne das ist echt eine nette Gegend hier so hier müssen wir lang guck mal ob uns hier noch irgendein Wolf begegnet so ich sprünte nochmal ganz kleines Stück auch wenn das nichts nicht viel bringt nichts bringt es nicht aber es bringt zumindest nicht viel äh so äh das hier war auch Sackgasse ne das war auch Sackgasse lalalalalala lalalalalala das ist schon cool hier ne da hier wird ja nix so ich höre Vogelgezwitscher im Hintergrund ganz leise was mir aber relativ egal ist weil auch leises Vogelgezwitscher bedeutet hier ist zumindest kein Wolf in der Nähe so jetzt müssen wir also da geradeaus ist auch was sagt dass wir müssen jetzt hier links da geht es in die Höhle rein und dann gucken wir mal wie lange noch sehen können ich habe Hagebutten gesehen ich habe das genau gesehen und die Hagebutten werde ich auf jeden Fall mitnehmen so viel wiegen die Dinger ja nicht Hagebutten zack so haben wir da 16 Hagebutten reiche Ernte Errungenschaft freigeschaltet okay cool was auch immer das bedeutet so ich sehe da hinten schon wieder Licht das heißt hier brauchen wir glaube ich erstmal Höhle Spiel gespeichert Höhle okay da geht es wieder raus super okay dann waren wir uns hier mal den Weg durch die Höhle in der Hoffnung dass wir hier irgendwas nützliches finden Tannenholz oh das tut mir ein bisschen leid für dich vor eine Leiche natürlich nichts dabei weißt du vom Baum erschlagen aber nichts dabei gehabt was uns irgendwie helfen könnte so ich vermute mal dass es jetzt gleich relativ fixen dunkel wird hier ich kann jetzt schon in den dunklen Ecken hier relativ wenig erkennen aber wir brauchen die Laterne gleich auf jeden Fall für den den Aufgang deswegen würde ich mir die gerne momentan auch sparen aber hier kommen wir nicht mehr drum rum okay 0,05 Liter das wird vermutlich nicht mehr lange reichen ärgerlich 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 okay ich mach nochmal aus hier haben wir Licht zumindest ein bisschen so und ich glaube wir müssten da lang aber ich möchte gerne hier nochmal rein ich sehe hier nicht wirklich was hier war nichts schade und gleich dürfte uns die Laterne verlassen nochmal ausmachen gucken wie effektiv das ist ich mach hier nochmal an weil ich hier nichts sehe ich will ja nicht unverhofft in irgendeinen Erdspalt laufen den die Entwickler hier zufällig rein gepatcht haben oder so das wäre sehr uncool hier ist nichts da vorne liegt einer vielleicht hat der eine Laterne mit dabei hier liegt aber auch keiner Holz Rucksack Schlafsack so pass auf Laterne nochmal aus Lampenöl wäre so cool Schlafsack 89% wie viel hat unser denn 73% Ablegen was wir damit machen dann nehmen wir den mit der hat ein bisschen mehr Haltbarkeit so wir müssen irgendwo hier lang glaube ich da geht es hoch da geht es hoch hier genau hier geht es hoch ah ich habe da oben liegt einer vor der Brücke da so ich sprinte mit Absicht nicht ich würde das sprinten gerne aufbewahren für keinen Brennstoff in der Laterne nein 0,03 Liter die wird auch nicht mehr lange halten die wird auch nicht mehr lange halten so wir haben hier Gott sei Dank ein bisschen Licht diese Höhle ist auch so so erdrückend ich muss leider gleich nochmal anmachen weil ich nichts sehe so und ich scheiß ich kann nicht sprinten wir sind zu schwer nein und ich sehe nichts okay wir müssen es mit streichern sein erstmal probieren mit diesen streichern tut mir leid aber mit diesen streichern sieht man nicht wirklich was ne ich muss leider eine Fackel anmachen sonst sehe ich hier nichts ernsthaft das ist doch das ist großer Mist gewesen jetzt das ist wirklich großer Mist so was sagt die Uhr ja die Uhr sagt es ist noch ein bisschen Zeit ah das das war blöd das war wirklich blöd ok gucken wir mal ob der irgendwas dabei hat der ist auch leer so und jetzt müssten wir boah ich muss mich irgendwie mal orientieren ich weiß nicht genau wo wir sind es macht wahrscheinlich Sinn irgendwie hier mal runter zu gehen und einfach querfeldein da hinten lang zu laufen wir sind zumindest jetzt mit der mit der Fackel hier haben wir zumindest erstmal ein Abwehrmechanismus gegenüber Wölfen und Beeren gucken ob das irgendwas bringt ich würde aber vorschlagen wir essen gerade mal einen Happen so und trinken danach nochmal ein Schlückchen einfach um wieder ein bisschen Gewicht zu verlieren so boah ne sprinten ist so überhaupt keine gute Idee ich habe nämlich keine Lust erschöpft zu sein gleich also das wird eh zwangsläufig irgendwann kommen aber ich will zumindest jetzt gerade momentan nochmal die Gelegenheit haben ein bisschen schneller laufen zu können im Notfall wobei die Geschwindigkeit hilft mir bei einem Wolf auch nicht oh da ist eine Brücke was für eine Brücke ist es ah wo sind wir ich boah ich kenne mich hier so gut wie nicht aus in den Bündelischen Tal das ist ja ärgerlich hm ich geh mal in Richtung Brücke Brücke würde ja bedeuten wir sind in der Nähe von der Straße würde ich jetzt mal zumindest so schätzen und ja das sieht zumindest auch so aus ah ich glaube ich weiß was das für eine Brücke ist ähm der Fluss hier wenn man dem Flusslauf folgt also da vorne meine ich geht es irgendwo links rein ich glaube da kommt man am Ende der Straße aus wo das Auto ist also am Ende der Hauptstraße quasi aber wir gehen mal weiter hier lang das Ende der Hauptstraße nützt uns nämlich insofern nichts als dass wir von da aus immer noch relativ weit laufen müssten und zumindest hier rum ist es dann erstmal schneller um in die Zivilisation zu kommen hm boah wie ich diese Map hier liebe aber wir sehen einfach diese Fackel hier brennt ne wie lange schön da oben ist ein Wolf da oben links man kann ihn nur relativ schwer erkennen weil die Fackel natürlich ein bisschen die Sicht versperrt ähm quasi hinter dem letzten Baum da hinten jetzt da war ein Wolf er kommt so langsam auf uns zu jetzt ist er fast vollständig im Schnee ich glaube jetzt kann man ihn ganz gut erkennen so wir gehen aber hier lang weiter keinen Bock auf Wolf aber vielleicht sollten wir ihn ein bisschen im Auge behalten wir sind nämlich relativ dicht dran und spründen bringt überhaupt nichts ok er kommt auf jeden Fall nicht in unsere Richtung das ist schon mal sehr gut er geht in die andere Richtung das freut mich dann können wir hier mal ein bisschen völlig unbedacht hier rumlaufen so ich vermute mal dass die Fackel gleich ausgeht wobei die echt schon lange brennen das muss man auch sagen aber das war ein Griff ins Klo die anzuzünden da haben wir leider einen Fehler gemacht aber wir wussten es halt auch nicht besser und mit dem Streichholz ganz ehrlich da hat man nichts gesehen also ich zumindest nicht wenn nicht ob ihr in dem Video irgendwas erkennen konntet so ich sehe aber jetzt so grundsätzlich auch also ich sehe grundsätzlich schon was aber nichts was mich jetzt weiter bringen würde außer dass wir hier einen hohlen Baum haben so zwischendurch nochmal ein bisschen auf die Uhr gucken wir sind jetzt über 20 Minuten wir werden aber diese Folge auf jeden Fall so lange machen dass wir irgendwo sicher Unterschlupf gefunden haben was anderes macht eigentlich keinen Sinn und es würde wahrscheinlich Sinn machen zack, weg, fort damit es würde wahrscheinlich Sinn machen irgendwas relativ gutes direkt aufzusuchen falls das auf unserem Weg liegen sollte ich weiß gar nicht wo ich bin diesen Weg hier bin ich noch nie gegangen ist auf jeden Fall sehr cool Entschuldigung mal kurz ein bisschen ruhig bauen so und ich weiß auch nicht wo wir hier sind das kann man auch mal ganz klar so sagen ich glaube wir laufen da hinten noch eine Straße zu kann das sein das könnte sein ja ich glaube da hinten geht es in Richtung Straße so jetzt hole ich aber mal mein Gewehr raus boah wenn wir jetzt überlegt haben wenn wir in dem Zustand einen Bären über den Weg laufen da habe ich Angst vor weil das Gewehr hilft uns auch nicht so kommt lauf mein Freund lauf meine Freundin ja gesagt so okay das muss vom Sprinten her erstmal reichen so jetzt kann man sich hier ein bisschen umgucken da hinten läuft auch ein Wolf ähm okay so ich ja ich glaube da vorne ist die Straße von da aus müssen wir mal gucken wo genau wir sind bin mir nicht ganz sicher auf welcher Höhe wir gerade da sind man kann auch noch nicht so wirklich viel erkennen da ne ähm ich glaube wir sind in der Nähe vom Feld oder ähm hier Dingsgelöse ne wo die wo die Garage draufsteht eieieiei ich oh diese Map ist so grauenhaft also nicht von der Gestaltung her ich finde das idyllische Tal finde ich sehr anstrengend also man muss ja bei dem Schwierigkeitsgrad so generell irgendwie immer ganz gut konzentriert sein aber diese Map finde ich so äh so krass vom Anstrengungsfaktor her so oh scheiße wo sind wir denn jetzt äh laufe ich in die Richtung oder laufe ich in die Richtung oh ich glaube die Richtung da kommt ein Wolf Mann 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 ah scheiße nicht bründen oh ah verdammt das war auch nicht so clever ok der Wolf jagt vermutlich jetzt da gerade das Kaninchen ich habe Angst ok ich meine irgendwo da in der Richtung müsste das das Bauernhaus sein und das würde ich jetzt gerne erstmal ansteuern weil das würde ich nämlich dann gerne auch direkt als Base benutzen ehrlich gesagt ich glaube ich bleibe aber erstmal auf der Straße weil wir da einfach gerade ein bisschen schneller laufen können ah diese Musik ist so schön aber ich bin vor dass das Wetter gerade auch mitspielt zumindest ein bisschen also der Schneefall ist ja erstmal relativ wurscht 12 Grad haben wir gefühlt äh 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 der Schnee ist ja erstmal wurscht aber äh so generell Brücke der Einkehr ok gut dass wir in die Richtung hier gelaufen sind weil wir sind ein ganz gutes Stück entfernt vom Bauernhaus Haus und Hof Bauernhaus und Bauernhof ähm gut dass wir nicht in die andere Richtung gelaufen sind da hätten wir einen Weg umsonst gemacht war so ein Wolf endlich mal zu was Nütze so mein Problem ist jetzt auch in der Tat ich habe nicht mehr ganz so in Erinnerung was wir hier auf der Map schon alles ähm erkundet schrägstrich geplündert haben so jetzt muss ich hier doch mal den Spielzeug gerade mal kurz ein bisschen weiter machen weil die Musik bei mir ist gerade ziemlich laut ist ähm das heißt eventuell laufen wir jetzt zweimal entlang ich weiß nicht mehr wo wir gestartet sind in dieser Staffel also ich weiß dass wir im idyllischen Tal gestartet sind ich weiß aber nicht mehr an welcher Ecke wir gestartet sind deswegen gucken wir mal ob wir das Auto hier schon gefühlt haben da hinten läuft ein Wolf ich sehe ihn genau ja hier waren wir schon gut wir gehen trotzdem dann hier mal zur Garage zuerst wie viele Stunden hell ist es noch gehen wir zur Garage ne wir gehen erst zum Bauernhaus von hier aus finden wir das und ich gehe dann hier auch in der Tat querfält ein wir müssen erst zum Bauernhaus ähm ich möchte Zeug loswerden einfach ne und das möchte ich nicht hier loswerden das möchte ich lieber am Bauernhaus loswerden weil ich wie gesagt da gerne unsere Base direkt einrichten wollen würde ähm das heißt ja leider wird diese Folge jetzt nochmal ein bisschen länger aber das war ja zu erwarten ne das ist auch echt ist gerade ein bisschen dramatisch theatralisch so wir könnten nochmal was essen und was trinken das wird uns aber nicht viel helfen alter komm ja is was na wir hätten einen Kaffee trinken sollen den hatte ich nämlich eigentlich für genau diesen Fall mitgenommen aber gut haben wir halt nicht dann trinke ich jetzt gerade hier mal oh Entschuldigung ich bin ans Mikro geschossen das tut mir leid ähm dann trinke ich hier jetzt mal einen schwarzen Tee und stell den direkt mal auf die andere Seite damit ich nicht ins Mikro stoße hier ähm ja also den Kaffee hatte ich eigentlich genau für diesen Fall mitgenommen das wenn wir hier ankommen und wir sind erschöpft und verlieren an Tragfähigkeit dass wir einen einen Kaffee haben zum trinken das war jetzt relativ blöd dass wir den halt nicht getrunken haben komm vorbei weiß was hau weg den Kaffee so ja guck mal hat zumindest ein bisschen was gemacht so sprint mein Freund achso ja sprinten ist natürlich weißt du erst Kaffee trinken und dann wieder voll auf die Tube drücken manchmal bin ich auch echt ein 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 voll Horst naja bringt aber alles nix wir werden es auf jeden Fall bis zum Baumhaus bis zum Baumhaus wieso denn jetzt Baumhaus bis zum Bauernhaus schaffen ok ich höre einen Wolf kann ihn aber nicht sehen bin ich jetzt auch irgendwie nicht böse drum wenn ich das mal so sagen darf ok in wenigen Minuten sind wir da gegenwind na klar warum auch nicht wir sind ja nicht schon langsam genug deswegen ist gegenwind immer ein super mittel um uns noch ein bisschen mehr auszubremsen ist überhaupt kein Ding ganz gut mit leben gegenwind ist klasse ich freue mich so ein bisschen erfrischende Luft in den Eiszapfen verriegelten Augen hier sind wir hallöchen das ist unsere neue base neue alte ich werde hier nicht den Fehler machen und mir irgendeine andere base suchen so wie ich das im am Rätselsee vorhatte und gesagt habe weil man muss einfach sagen man hat es gesehen man hat es gesehen wir sind einfach viel häufiger im Lagerbüro gewesen als im Haus des Pelzjägers weil das einfach wirklich keinen keinen Sinn macht so und auch hier bin ich mir nicht sicher inwieweit wir hier schon irgendwie alles geplündert haben ich hoffe einfach mal dass wir hier nicht wirklich viel geplündert haben wir gehen einfach mal rein und dann gucken wir als erstes mal hier in den Kühlschrank war hier nicht der Kühlschrank wo hänge ich denn jetzt hier so hier war der Kühlschrank leer die Kühlschrank leer ok offensichtlich haben wir hier schon geplündert ist das so ja alles leer so das würde für mich ja bedeuten wenn ich klug gewesen bin und habe hier wirklich alles geplündert dann habe ich das vermutlich ganz routiniert hier ins Büro geräumt wenn wir was hier gelassen haben leer 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 was ja ist es nicht leer schublade leer was habe ich getan nein Okay, das könnte zwangsläufig bedeuten, dass wir hier doch zumindest mittelfristig ein Problem kriegen werden. Schublade. Ja, wir haben noch was. Schmerzblabletten, super. Schokolade. Okay, kann ich mich erstmal nicht drum kümmern. Wir müssen erstmal hier uns ein bisschen ausruhen. Beziehungsweise, erstmal müssen wir hier ein bisschen gewichtlos werden. Und das machen wir erstmal hier. So, das da rein. Das ist was, was schwer ist. Das da rein. Das passt auch noch. Perfekt. So, dann. Hier war noch irgendwo. Hier, Schublade. Da packen wir auch nochmal was rein. Die Bartflechten, zack. Den Mantel, die, das da und das da und das da und den Stoff auch. So, guck mal, jetzt sieht es doch wieder gut aus. Dann die Schlingen packen wir auch erstmal hier rein. Zumindest so viele wie hier reinpassen. Mehr zum Lagern haben wir hier gerade nicht. So, aber das ist ja erstmal in Ordnung. Jetzt haben wir, haben wir ein bisschen Platz. Den Rest der Themen dann beim nächsten Mal. Ich schlafe jetzt hier erstmal kurz, zwei Stündchen nur um zu speichern und ein bisschen auszuruhen. Ja, und dann machen wir ab der nächsten Folge, idyllisch ist ein Erkundungstour. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank angekommen. Spiel gespeichert. Machen wir mal Pause. Ja, boah, was eine Reise. Wir haben es zumindest hierhin geschafft. Wir haben relativ viel Zeug mitgebracht. Spontan fehlt uns Essen und Wasser brauchen wir ganz dringend. Da müssen wir mal schauen, dass wir das in der nächsten Folge angehen als erstes. Ansonsten sieht es bisher ganz gut aus. Ich habe noch in Erinnerung, dass wir, als wir hier im idyllischen Tal gestartet sind, am Ende der Straße in den Häusern, bevor wir Richtung Küstenstraße gegangen sind, also durchs verlastene Bergwerk, da noch ein paar Sachen auf die Erde geschmissen haben, weil wir einfach total überladen waren. Und ja, da müssten wir auch irgendwann hin. Aber das machen wir erst ab der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark schon wieder. Bis dahin. Ciao. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark schon wieder. Bis dahin. Bis dahin.